Ist es in unserer heutigen Gesellschaft nicht erstrebenswert, 100 Jahre alt zu werden? Dies ist natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig, von Gesundheit und Krankheit. Und das wird niemand besser wissen als Sie, die täglich mit der Pflege älterer Menschen beschäftigt sind. Neben körperlicher Gebrechen nehmen wir mit zunehmendem Alter auch die neurokognitiven Funktionen ab. Dies reicht von Altersvergesslichkeit zu Stockdement. Wussten Sie, dass ein Drittel der über 85-Jährigen an einer Demenz erkranken wird? Dies wird auch uns betreffen, sofern wir, gewollt oder nicht, dieses Alter erreichen. Demenzen nehmen ab dem 60. Lebensjahr exponentiell zu. Circa 1-2% in Deutschland sind demenziell erkrankt. Das sind ca. 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer, was sicher auch der hohen Lebenserwartung geschuldet ist. Für die Diagnosestellung eignen sich einfache Screening-Verfahren, wie der Mini-Mental-Status-Test, der Montreal Cognitive Assessment-Test, der sogenannte MOCA oder der Uhrentest. Der international bekannteste Test ist der Mini-Mental-Status-Test, der sich zur Schweregradeinteilung des Demenzsyndroms insbesondere bei der Alzheimer-Erkrankung eignet. Er testet unter anderem die zeitliche Orientierung, die Merkfähigkeit, Sprache und Lesen. Der MOCA-Test ist ein neues Testverfahren, das kognitive Funktionen breit abdeckt und auch für andere Demenzformen als die Alzheimer-Krankheit geeignet ist. Der Uhrentest misst verschiedene kognitive Funktionen, unter anderem die Visokonstruktion, planerisch problemlösendes Denken und semantisches Gedächtnis. Als alleiniger Test im Rahmen der Diagnostik ist er unzureichen, ergänzend aber oft sehr sinnvoll. Die Anweisung lautet, zeichnen Sie ein Uhr mit der Zeigeeinstellung 10 nach 11. In Abhängigkeit davon, ob die Ziffern richtig eingezeichnet worden und ob die beiden Zeiger richtig stehen, werden Punkte oder auch Noten verteilt. Ursächlich für die Ausbildung einer Alzheimer-Demenz sind vermutlich folgende vier Vorgänge im Gehirn. Zum einen kommt es zu einer Volumenabnahme des Gehirns und damit auch zu einem Synapsenverlust, insbesondere im Frontal-, Parietal- und Temporallappen. Damit gehen auch Verbindungen in und innerhalb des Hypocampus verloren, wo Gedächtnisinhalte generiert werden, was dann die typischen Symptome verursacht. Dabei spielen die Neurotransmitter Acetylcholin und Glutamat eine entscheidende Rolle, dessen Mangel bzw. dessen Übergewicht einen wichtigen Therapieansatz darstellt. Zweitens kommt es zu einer Ablagerung von neurologischen Eiweißen, den sogenannten Beta-Amyloid-Plugs. Drittens führt eine Hyperphosphorylierung des Tau-Proteins zum Funktionsverlust und damit zu intrazellulären Konglomeraten. Das Tau-Protein ist eigentlich für die innere Stabilität der Zelle verantwortlich. Und letztens führen immunologische Prozesse zur Ausschüttung von Entzündungsstoffen über eine Kaskade aus angelockten Entzündungszellen dann zum Neuronenuntergang. Symptomatisch wird die Alzheimer-Demenz in der Regel durch einen langsam schleichenden Beginn mit initial Merkfähigkeits, das heißt Neugedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen und Desorientiertheit zur Zeit und zum Ort. Der Patient selbst merkt davon oft nichts und weicht beim Nachfragen über kognitive Defizite geschickt aus, sodass die Defizite durch die glaubwürdige Fassade zunächst übersehen werden. Oft bringen Angehörige den Patienten zum Arzt, weil dieser Gespräche nicht mehr richtig folgen kann, im Supermarkt die Hälfte der Einkäufe vergesse oder sich mit dem Auto öfters verfahren. Im fortgeschrittenen Stadium kommt es dann auch zur Altgedächtnisstörung, das heißt zum Beispiel biografische Daten können dann nicht mehr abgerufen werden. Es kommt zur Desorientierung, zur Situation und zur Person, zur Wortverwechslung, aber auch zu Verlernen von Lesen, Rechnen oder Schreiben. Im Spätstadium treten mit ca. 70% Verhaltensstörungen wie Apathie und Rückzug oder aggressive Verhaltensweisen auf. Häufig kommt es zu wahnhaften Symptomen und Halluzinationen. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist ebenfalls gestört. Am Ende führen neurologische Symptome wie Harn- und Stuhlinkontinenz sowie Verlust der Mobilität zu schwerer Pflegebedürftigkeit. Die mittlere Überlebenszeit nach Diagnosestellung beträgt ca. 8 Jahre mit deutlichen individuellen Unterschieden je nach Beginn der Erkrankung. Ursache sind meist Pneumonien, schwer verlaufende Harnwegsinfekte oder andere Infektionen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit. Mittlerweile gibt es vielversprechende neue Ansätze bei der Behandlung der Alzheimer-Demenz, wobei es in Deutschland noch keine Zulassung hierfür gibt. In den USA wurde 2021 der erste monoklonale Antikörper gegen Beta-Amylid eingeführt, das Adacanumab, der auch in Deutschland in spezialisierten Zentren in Form von Studienanwendung findet. Neben der medikamentösen Behandlung sind tagesstrukturierende Maßnahmen, Gedächtnistraining, ergotherapeutische und physiotherapeutische Therapieverfahren zum Erhalt der Alltagsfunktion essentiell. Genauso wichtig ist aber auch das Einbeziehen von Angehörigen in das Gesamtbehandlungskonzept. Angehörigen Ihr